Wir sind Mannekes. Unser Herz schlägt hier, im Sauerland. Genauer gesagt in Kirchhundem. Seit über 85 Jahren entsteht hier Qualität Made in Germany. Du fragst dich, was wir überhaupt machen? Vielleicht hast du den schon mal gesehen. Wir machen aber nicht nur Stecker, sondern auch Steckdosen und Steckdosenkombinationen. Und außerdem bieten wir intelligente Ladelösungen für diejenigen an, die elektrisch mobil sein möchten. Richtig viel Power also. Insgesamt sind es über 15.000 Produkte. Du willst in einem starken Team etwas bewegen und willst die Welt durch innovative Technik ein bisschen besser machen? Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns mal kennenlernen. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir viele unserer Mitarbeiter auch direkt bei uns ausgebildet haben. Das machen wir auch schon seit über 85 Jahren. Darin haben wir also Übung und wurden deshalb mehrfach als Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Am besten zeigen wir dir einfach mal, welche Ausbildungsberufe du bei uns lernen kannst. Wenn wir zum Beispiel eine Bestellung erhalten, kommt sie ins Spiel. Die Industriekauffrau. Sie ist der Profi in der Verwaltung und unser Draht zum Kunden. Mit dieser Ausbildung behältst du als Organisationstalent den Überblick über alles. Wenn es dann an die Produktentwicklung geht, ist er gefragt. Der technische Produktdesigner. Neuentwicklungen, Überarbeitungen, mit starken Rechnern, neuester Software und natürlich Köpfchen. Kein Problem. Wenn der Plan erstmal steht, dann kommt er hier, beim Feinwerkmechaniker. Er baut die Werkzeuge, die wir in unserer Kunststoffspritzerei benötigen. Du hast dich immer schon gefragt, wie aus dem das wird? Als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Couch-Up-Technik hast du nicht nur den längsten Namen, sondern auch richtig Ahnung von Kunststoffen und wie sie richtig verarbeitet werden. Die unterschiedlichen Kunststoffgranulate werden aber nicht einfach zusammengeklickt. Das ist schon ein wenig komplexer. Ohne sie geht nichts. Die IT. Sei es die Steuerung der automatisierten Maschinen oder in der kaufmännischen Verwaltung. Stay Connected ist dein Motto als Fachinformatiker. In unserer Messingdreherei werden die stromführenden Kontakte hergestellt. Diese gibt es in richtig vielen Varianten. Unsere Zersparnungsmechaniker fertigen diese und ganz wichtig, prüfen auch ihre Qualität. Als Industriemechaniker ist Metall dein absolutes Lieblingsmaterial. Du baust Sondermaschinen und Montageanlagen und du lernst, wie diese auch instand gehalten werden. Hier entsteht die Mobilität von morgen. Wir haben nicht nur den Typ 2 Ladestecker erfunden, sondern von hier kommen auch viele der zahlreichen Ladesäulen und Stationen für die Elektromobilität weltweit. Als Industrieelektriker arbeitest du unter anderem auch hier und stellst individuelle Ladesysteme her. Du kannst dich zwischen Mechaniker und Elektriker nicht entscheiden? Dann verbind doch als Mechatroniker einfach beides. Auch die besten Maschinen brauchen Wartung. Als Mechatroniker kümmerst du dich um die Instandhaltung und wirst zum Experten für komplexe Maschinen. Lagerung, Kontrolle und Planung. Unsere Fachlageristen sorgen dafür, dass unsere Warenströme und die Rohstoffversorgung reibungslos funktionieren. Als Fachlagerist behältst du den Überblick. So schnell, so gut. Unsere Produkte machen sich auf zu unseren Kunden weltweit. Da haben deine zukünftigen Kollegen mal wieder einen richtig guten Job gemacht. Und wie wirst du nun Teil des Teams? Wende dich am besten an diese beiden. Christian Pickhahn und Stefan Herzig vom Team Ausbildung stehen dir gerne zur Verfügung. Oder melde dich doch mal für ein Praktikum bei uns und schau in die Berufe rein. Finde deine Power Promotion. Ausbildung bei Menden.